Wo war denn der Mind-Change? Und was war das konkret? Was machst du heute anders als noch vor einem halben oder vor einem Jahr? Jetzt kannst du eigentlich erst entscheiden in dem Moment, wo du gesagt hast, okay, so habe ich früher gearbeitet, so arbeite ich jetzt heute, nach System. Unsere heutigen Emolution-Podcast-Folge habe ich den Patrick Pfeiffer hier. Ja, Patrick Pfeiffer ist jetzt seit einigen Jahren Makler und kommt aus dem Fix-and-Flip-Bereich und hat sich dann irgendwann entschieden aus, erzähl doch einfach mal selber, wer bist du und wie bist du dazu gekommen vom Fix-and-Flip aufs Makel? Ja, also erstmal danke Heinz, dass ich heute hier sein darf. Meine Reise hat so 2004 in der Immobilienbranche begonnen. Dort war ich so in dem klassischen Vertrieb, habe energetische Sanierung verkauft und auch Photovoltaikanlagen. Da war wirklich noch so der Höchstpunkt, wirklich viel Geld für so eine Kilowattstunde zu verdienen. Einige Jahre später habe ich für mich einfach den Weg gefunden, Fix- und Flipper zu werden. Das heißt, ich habe ältere Objekte gekauft, habe die schön gemacht, habe die verkauft. Das lief auch recht gut und war auch echt lukrativ, bis dann halt diese Politik kam, Gaspreisexplosion, die Zinsen sind langsam hochgegangen. Und da habe ich einfach für mich gemerkt, du brauchst einen Turn, du brauchst einen Wechsel, weil es läuft nicht mehr so rund wie früher. Und dann habe ich umgeswitcht zu dem Immobilienmakler, ganz genau. Hast du denn die Objekte selber verkauft auch, die du geflippt hast? Die habe ich auch selber verkauft. Ich habe auch teilweise mit Homestaging gearbeitet. Also ich habe eigene Möbel, die nutze ich jetzt auch in meinem Makler-Business. Und dann, weil leer stehen Immobilien, möchte ich nicht verkaufen, kann ich keine Emotionen wecken. Und die Leute können sich nicht vorstellen, wo könnte meine Couch stehen oder die Küche, wie auch immer. Und die habe ich dann selber verkauft, die Fix- und Flipper-Objekte mit Homestaging, ganz genau. In welcher Region bist du aktiv? Am Niederrhein, ich habe auch viel Kreis Heinsberg, Gallenkirchen, Erkelenz habe ich verkauft. Das war so die Ecke, so um München-Gladbach herum. Da war ich tätig, ganz genau. Okay, cool. Und dann hast du, ich glaube 2020, hast du die Entscheidung getroffen, mit dem Makeln zu starten. Ganz genau. Also da ging es ja so langsam los, Gaspreisexplosion. Man konnte ableiten, dass irgendwas mit den Zinsen passieren wird. Und da habe ich einfach gemerkt, als ich die letzte Immobilie verkauft habe, die Anfrage ist nicht mehr ganz so hoch. Oder der Käuferkreis wird kleiner und viele Besichtigungen gehabt. Und dass dann auch immer die Finanzierung geplatzt sind, weil die Anforderungen natürlich auch sich angepasst haben bei den Banken. Und dann habe ich gesagt, jetzt machst du den Turn, jetzt machst du nur noch die Schiene des Immobilienmaklers und gehst ganz krass auf deine Ausbildung ein. Okay, also das heißt, du hast dann 2022 wahrscheinlich, von der Richtung her. 2022 war das ja mit der Zinswende, Zinskrise, was auch immer. Was war denn so der erste Moment bei dir, wo du gesagt hast, irgendwas läuft hier schief? Ja, das war wirklich die Situation, dass die Leute schon am Telefon nachgefragt haben, wie schaut es denn aus mit der Heizung. Weil da diese Gaspreisexplosion schon im vollen Gange war, alles wurde teurer, Öl wurde extrem teuer. Und da habe ich gemerkt, die Fragen der Interessenten, der Käufer, der potenziellen Käufer, die haben sich gewandelt. Und da habe ich gemerkt, es wird schwieriger, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt in dem letzten Objekt eine Ölheizung aus 2015. Und jeder hat zu mir am Telefon gesagt, der Pfeiffer, ich will gar keine Ölheizung haben. So, dass ich gezwungen war, nochmal eine Pelletheizung einzubauen, habe das Objekt verkauft, aber habe da gesagt, bis hierhin und nicht weiter. Das wird einfach zu viel jetzt. Und was war denn für dich denn der Punkt, dann kam ja das Thema Zinsen noch on top. Gab es da so einen Punkt bei dir, wo du gesagt hast, boah, jetzt sitze ich irgendwie so ein bisschen in der Kacke oder so? Ja, in der Kacke würde ich jetzt nicht sagen. Da habe ich einfach für mich gemerkt, ich möchte dieses Fix und Flip nicht mehr machen. Das ist einfach, möchte ich nicht mehr, weil die Kaufkraft ist ja auch sehr zurückgegangen am Anfang, weil die Interessenten einfach oder generell die Leute unsicher waren. Die wussten nicht, was passiert jetzt hier überhaupt auf dem Immobilienmarkt. Und deswegen habe ich gesagt, dieses Geschäft ist jetzt für mich vorbei und jetzt gehst du zum Immobilienmarkt darüber. Okay, also das heißt, du hast also gesehen und festgestellt, dass das halt einfach dieser Verkäufermarkt sich in so einen Käufermarkt umdreht sozusagen. Ganz genau, richtig, ja. Genau. Und wie ging es dann weiter als Immobilienmakler? Hast du gestartet und hast du wahrscheinlich so ein bisschen Hands-on, Arme hochkrempeln gearbeitet? Ja, genau. Also ich habe als Immobilienmakler gestartet. Ich habe auch bei der IHK diesen Lehrgang, der geht glaube ich über drei Wochen, den habe ich mitgemacht und intensiv gelernt und mich wirklich reingekniet. Also da bin ich auch von Mensch aus, von Grund aus so, dass ich, ich möchte keine Sachen halb machen, habe erfolgreiche Immobilien verkauft. Aber natürlich waren auch Immobilien dabei, die ich schwer verkauft habe oder die ich vielleicht auch falsch eingewertet habe, falsch eingekauft habe. Und ja, habe dann reflektiert, woran könnte es liegen? Was kannst du jetzt besser machen? Ja, und dann seid ihr auf mich zugekommen und seitdem läuft es komplett anders. Was konntest du denn aus diesem geprüfter Immobilienmakler, was konntest du denn davon wirklich real in der Praxis nutzen? Tatsächlich muss ich sagen, ich habe einen sehr guten Dozent gehabt, also der ging wirklich sehr tief in die Materie mit Sachwertermittlung, Ertragswertermittlung. Das hat er schon wirklich sehr detailreich erklärt und haben uns vorgelebt. Das war schon wirklich sehr gut. Ansonsten hast du einfach diesen Standard gehabt, also über diese Maklersoftware, die fast jeder hat, diese Standardvorlagen für das Exposé. Das hat mich irgendwann nicht mehr angesprochen. Da habe ich irgendwann gesagt, du möchtest dich abheben von dem Makler. Was kannst du anders machen? Was musst du verändern, um jetzt einfach aus der Nische herauskommen zu können? Okay, cool. Was hast du denn verändert konkret? Was ich verändert habe? Also dein Coaching, euer Coaching hat das ganze Maklertun bei mir verändert. Also angefangen vom Einkauf, von der Akquise, über den Verkauf, über die Präsentation. Mein Mindset hat sich so krass geändert. Ich rede mit den Menschen auch anders, mit den Interessenten, wenn die Fragen stellen. Das hat sich komplett alles gedreht bei mir, das muss ich wirklich sagen. Und wenn ich jetzt im Einkaufstermin sitze und Interessenten erzählen mir, wie lange die Immobilie schon online ist und ich zeige denen, wie gehe ich vor, wie arbeite ich, welche Ziele strebe ich an und erreiche ich auch? Dann sitzen die wirklich mit dem offenen Mund vor mir und sagen, Herr Pfeiffer, Wahnsinn, wann können wir starten, ist meistens die Frage. Und das ist, eine Immobilie ist jetzt seit noch nicht mehr als zwei Wochen online und habe ich gestern geklaut, ist schon verkauft. So schnell habe ich Immobilien noch nie verkauft, noch nie. Noch nie? Noch nie. Okay. Was war denn bei dir so der entscheidende Punkt, also dieser wirklich, wo dieser, wenn du das gerade sagst, so Mindset, wo war denn der Mindchange? Und was war das konkret, was der Mindchange war bei dir? Ja, das hat jetzt nicht nur mit dem Job zu tun, das geht auch ein bisschen weiter zurück ins Privatleben. Anfang des Jahres habe ich mich von meiner Frau getrennt. Wir haben auch zwei Kinder zusammen, wurde ein bisschen böse. Das ist jetzt alles geregelt. Die Kinder leben im Wechselmodell, das heißt eine Woche bei der Mutter, eine Woche bei mir. Also auch auf der privaten Seite halt. Auf der privaten Seite war sehr viel. Trouble, ne? Ganz Trouble, genau. Und körperlich war ich nicht gut drauf, man war unglücklich, man hat sich schlecht ernährt und dementsprechend habe ich auch etwas mehr gewogen. Und nach der Trennung habe ich mir einfach gesagt, okay, jetzt hast du die Trennung vollzogen, das, was du wolltest, was mir am Herzen lag, das mit den Kindern ist geklärt. Jetzt gehst du erstmal körperlich an deine Geschichte ran, hab 18 Kilo abgenommen, hab wirklich die Ernährung umgestellt. Und das war so das Anfang des Jahres, mein Wechsel, den du meinst. Ich habe gesagt, jetzt möchtest du eine Veränderung, bist 40 Jahre alt, das kann nicht so weitergehen. Und hab das alles geregelt, hab abgenommen. Und das war so eigentlich mein Mindchanger, genau. Dass ich gesagt habe, jetzt privat geändert und jetzt möchtest du dich beruflich auch ändern. Okay, so hast du eine klare Entscheidung getroffen. Definitiv, absolut. Dass sich was verändert. Ja, absolut. Okay, und diese Entscheidung, die du da getroffen hast, die jetzt ja natürlich basierend ist auf nicht so einem schönen Umstand, nicht so einem tollen Umstand im Leben, macht man ja natürlich auch nicht alles gerne, was da so passiert. Und deshalb ja auch, dass die Folge daraus, dass du dich halt auch nicht wohlgefühlt hast und so weiter, erstmal auch mit der neuen Lebenssituation zurechtkommen musst und so weiter, müssen wir nicht tiefer drauf eingehen. Kennt, glaube ich, jeder da draußen, wenn man einfach mal so tiefergehende Probleme im Leben hat, die hauen ein, auch schon aus den Schuhen. Absolut, definitiv. Kann ich total nachvollziehen. Definitiv. Okay, und jetzt hast du dich auf die Reise gemacht, jetzt hast du dich auf den Weg gemacht. Ja. Und so, wie ging es dann weiter? Was ist dann passiert? Ja, ich habe, glaube ich, eine Anzeige von euch auf Facebook gesehen. Und wenn du einmal irgendwie sowas eingibst, Immobilienmarker-Coaching oder wenn du sowas in die Richtung eingibst, dann ploppt dir einiges bei Facebook auf. Du wirst ja quasi überrannt mit irgendwelchen Werbeanzeigen. So ein Alex Fischer aus Düsseldorf, der natürlich alle Branchen schult und so. Das war nicht das Treffende für mich. Das hat mich nie angesprochen. Und dann bin ich auf eure Anzeige gekommen und auch direkt gesehen, wow, guck mal, der Mann hat 35 Jahre Erfahrung, was alles gezeigt und geschrieben wurde. Und habe dann die ersten Calls mit deinem Team gehabt. Habe noch ein bisschen am Anfang gezögert, gebe ich wohl zu. Ich brauchte zwei, drei Calls und dann hat mich Leon irgendwann angerufen und der hat mich dann so gecatcht, hat mir auch diverse Sachen aus dem Coaching online gezeigt. Und dann habe ich gesagt, alles klar, jetzt fangen wir an, jetzt geht's los. Und jetzt einfach mal, was hat sich denn da konkret für dich verändert? Also was ist die Änderung gewesen? Also was machst du heute anders als noch vor einem halben oder vor einem Jahr? Alles mache ich anders. Alles. Von meiner Organisation, von meiner eigenen Struktur, wie ich arbeite, wie ich vorgehe. Ich halte gewisse Prozesse ein, die ich jetzt auch bei dir gelernt habe. Klar, man kennt Prozesse, man kommt immer wieder mit Prozessen in Kontakt, aber man hält die nicht ein. Wenn du nicht jemanden hast, der dir ständig einen auf die Schulter gibt, so wie du das in den Live Calls machst, haltet euch an die Prozesse, dann machst du es nicht. Du reitest einfach deinen Stiefel runter, weil du denkst, du kannst es, du hast es drauf, du hast im Kopf diese Einstellung, du kannst es, du hast es ja schon gemacht, du kannst es, du musst nichts verändern. Und das hat bei mir in vielen Gesprächen mit dir mein Mindset einfach geändert, dass du gesagt hast, halte dich daran, halte dich an die Struktur, an die Prozesse, mach es so, wie ich vorgebe. Leichte Abwandlungen sind da, kannst du gerne machen, aber der rote Kern, der rote Fahnen, der Kern muss schon beibehalten werden. Und das habe ich komplett geändert und seitdem, muss ich auch sagen, verkaufe ich auf einem komplett anderen Level. Und das merke ich selber, das gibt mir Selbstbewusstsein, so wie ich mit den Leuten rede und ich merke daraus, aus Besichtigung resultieren neue Einkaufstermine. Und das gibt mir einfach die Bestätigung, es läuft richtig gut. Also du musst dazu sagen, du verkaufst ein Objekt und du kriegst daraus neue Kunden. Also das, was ja viele so vielleicht gar nicht so richtig nachvollziehen können, sondern du kannst praktisch sagen, du verkaufst ein Immobilien und kriegst aus dem Verkauf wieder neue Objekte. Ganz genau. Also ich habe immer, in den ersten Live-Calls habe ich immer gedacht, als du gesagt hast, 10% von den Besichtigungen oder Interessenten sind Eigentümer und daraus, wenn ihr euch nicht ganz doof anstellt, könnt ihr Neuaufträge generieren. Und ich habe immer gedacht, wow, wann passiert das denn bei mir? Jetzt letzten Sonntag habe ich, wie gesagt, Besichtigungen gehabt, 25 Stück und dann kommen zwei Interessenten auf mich zu und sagen, Herr Pfeiffer, haben Sie was anderes gelernt oder warum machen Sie das anders als die anderen Makler? Ja, weil ich mich einfach abheben möchte. Sie sehen das an dem Exposé. Ich habe mehrere Touchpoints über Flyer, Objektvideos. Herr Pfeiffer, würden Sie auch unser Objekt verkaufen? Ja klar, mache ich gerne doch. Und das ist ein Gefühl, das kann ich nicht beschreiben, wenn man das vorher nicht hatte und auf einmal durch diese ganze Veränderung, die man durchlebt, auf einmal so eine Bestätigung zu bekommen, Wahnsinn, kann ich nur sagen. Worauf führst du das denn zurück, dass diese Bestätigung in der Form von den Leuten auch kommt? Weil die Prozesse, du hast ja gerade Prozesse angesprochen, da würde ich halt schon nochmal gerne darauf eingehen, weil das ist ja nicht damit getan, dass ich jetzt irgendwie in einem Live-Call sitze und halte die Prozesse ein, Prozesse ein, Prozesse ein. Das ist ja auch nur die halbe Wahrheit am Ende des Tages. Weil unterm Strich gesehen ist es ja so, selbst wenn, ich zeige dir was, ich bringe dir was bei, ich habe es heute noch in einem Call erzählt, der Punkt ist einfach, der man muss, wenn man die Grundvoraussetzung hat, ich weiß schon alles. Das ist ja eigentlich das Hauptproblem. Die Leute sitzen irgendwie im Dreck oder ich sage es mal so, man steht in der Nähe von Scheiße, dann fängt man eben an zu stinken. Wo sitzt das? Wir setzen wieder, dass eben sehr viele Makler ein Tool benutzen und glauben auf der Basis, dieses eine Tool bringt mir einen richtigen Wert. Das ist ja Klamauk. Das ist ja wirklich Klamauk. Das ist einfach Unfug. Und wenn man jetzt glaubt, dass das richtig ist, dann weiß man ja schon gar nichts. Dann ist man schon komplett auf dem Holzweg unterwegs. Also erstmal so ein bisschen auch abzulegen, zu glauben, man weiß schon alles. Oder? Kannst du das bestätigen? Das muss man komplett ablegen. Das muss man. Sonst, wenn man, das ist der erste Schritt eigentlich. Wenn du das nicht machst, dann geht es auch nicht weiter, weil du bleibst dann in diesem Tunnel und dann wirst du auch nicht erfolgreich. Genau. Das wäre ich auch nicht geworden. Definitiv nicht. Genau. Das ist Punkt eins. Punkt Nummer zwei. Dann ist ja eigentlich der nächste Schritt, dass man mal bereit ist, eine Sache mal konsequent durchzuführen. Ohne Diskussion. Sondern es einfach mal konsequent zu machen. Weil erst jetzt, du kannst ja nur etwas Neues lernen, wenn du bereit bist, das Neue auch mal anzunehmen. Korrekt. Einfach annehmen. Ja. Ohne Diskussion. Ohne Palawa. Ohne, ich weiß ja, das ist irgendwie, ich bin ja doch wieder toll und weiß es besser. Einfach mal annehmen. Weil jetzt erst nach dem Annehmen und Anwenden, erst dann kannst du ja erst erfahren, ob es funktioniert. Und jetzt funktioniert es. Und jetzt hast du ja die eigene Erfahrung gemacht. Jetzt hast du diese eigene Beobachtung. Was passiert da? Die Leute kommen auf einmal angelaufen und sagen, wow, Herr Pfeiffer ist ja der Hammer, wie sie das hier machen. Das ist ja richtig toll. Das ist ja anders als alle anderen arbeiten. So und andere Makler wundern sich und checken es ja noch nicht mal, warum es so ist. Aber die Kunden checken es, das ist das Entscheidende. Die Kunden begreifen es, die Kunden nehmen es wahr, die Kunden sehen es. Und du hast es mit jedem Objekt, was du jetzt seit du im Coaching bist, gemacht hast, hast du es erfahren, oder? Mit jedem. Mit jedem. Mit jedem. Keine Ausnahmen. Keine Ausnahmen. Garantiert. Ich frage nochmal. Nein, garantiert. Keine Ausnahmen. Keine Ausnahmen. Genau. Keine Ausnahmen. Also ich hatte teilweise auch noch Altbestände im Portfolio, die ich dann auch drei, vier, fünf Monate nicht verkauft habe. Die habe ich offline gesetzt und da habe ich mich teilweise auch von Emotionen leiten lassen. Der Verkäufer beispielsweise wollte sein Elternhaus verkaufen, die Mutter kürzlich verstorben. So und dann können wir was an den Prozenten machen und was machen wir? Und ich möchte die Immobilie nicht verramschen. Ich sehe eigentlich einen Wert von XY und ich habe mich darauf eingelassen. Ja, komm, wir versuchen es mal. Und es hat nicht funktioniert. Ich wusste es eigentlich, aber ich habe mich leiten lassen. Das mache ich heute auch nicht mehr. Und dann irgendwann, als ich diesen Changer hatte, auch dank dir, habe ich zu dem Eigentümer gesagt, entweder wir verkaufen jetzt nach meiner Strategie oder wir lassen es sein. Und dann hat er gefragt, was möchten wir denn machen? Wir machen Homestaging. Erstmal gehen wir wieder auf meine 3,57 Prozent hoch. Wir machen Homestaging und wir setzen den Preis an, den ich vorgebe und nicht den Sie vorgeben. Herr Pfeiffer, bitte machen Sie. Immobilie online gestellt, 60 Anfragen, 25 bis 28 Besichtigungen, 6 oder 7 Kaufpreisangebote geclosed. Genau. Und seitdem läuft das so. Es ist nicht mehr eingebrochen. Ich habe keine Diskussionen mehr mit den Leuten, aber Herr Pfeiffer, der Preis ist doch zu hoch. Nein, hier ist die Marktwertermittlung. Schauen Sie sich alles in Ruhe an. Der Preis ist ein realer Marktwert. Aber diese Diskussion gibt es nicht mehr so wie früher. Das ist ausgemerzt. Also du hast die Sicherheit jetzt. Die Sicherheit. Und jetzt kannst du eigentlich erst eine eigene Entscheidung treffen. Jetzt kannst du eigentlich erst entscheiden in dem Moment, wo du gesagt hast, okay, so habe ich früher gearbeitet. So arbeite ich jetzt heute nach System. Und so werde ich in Zukunft weiterarbeiten. Und jetzt kannst du ja entscheiden. Jetzt kannst du ja so dein Wissen, du hast gedacht in der Vergangenheit, bei dir jetzt nicht, aber die meisten denken, ja, ich weiß ja schon alles. So, jetzt hast du aber mal ein neues Picture, ein neues System da liegen. Und erst dann, wenn du die Dinge mal getan hast, erst dann kannst du wirklich entscheiden. Ja, kannst du sagen, du kannst ja jetzt wieder so machen wie vorher. Mach doch. Wäre taktisch unklug, glaube ich. Wer hat doof. Wer hat komplett doof. Absolut. Und das berichten ja wirklich alle, aber wir wollen bei dir bleiben und wir erklären das ja auch heute hier jetzt wirklich mal, um so ein bisschen Insights zu verraten und was tut sich da alles. Und man muss auch nochmal hier an der Stelle vielleicht ganz klar und deutlich sagen, dass es bei uns halt eben nichts von der Stange gibt. Das ist halt ein Maßanzug. Das muss man halt auch mal ganz klar sagen. Das ist halt nicht irgendwie, wo irgendein Möchtegern-Typ, der selber nie Immobilienmakler gewesen ist, am Ende des Tages da irgendein Konzept entwickelt und da glaubt, er wäre jetzt da irgendwie, der hätte den Stein der Weisen entwickelt. Und am Ende des Tages ist es einfach ohne Herz und ohne Seele. Oder? Ist so. Ja, und wichtig ist, dass das, was wir machen, was du machst, das weiß ich ja, dass du da, das sieht man ja auch, wie du hier sitzt und so weiter, dass das mit Herz und Seele ist. Und das ist doch genau das, was bei den Kunden ankommt, oder? Herz und Seele und nicht so diese, ich sag mal, natürlich wollen wir Geld verdienen, natürlich wollen wir auch viel Geld verdienen, natürlich wollen wir auch eine schöne Provision verdienen. Eine Frage, absolut. Ist alles okay, aber das Ganze halt eben auf Top-Niveau und nicht irgendwie so auf so Steinzeit-Level, oder? Und die Leute merken das, das ist das, die Leute merken das wirklich, wenn ich überlege, die Gespräche, die ich früher hatte, die Gespräche, die ich heute habe, ganz anderes Level. Gib mal ein paar Beispiele, was war früher, welche Diskussionen oder welche Dinge hattest du früher und wie ist es heute? Früher, ich habe ja auch weniger verkauft. Ich habe zwar verkauft, ich habe weniger verkauft und ich habe nicht in so einer kurzen Zeit verkauft. Und dann lässt du dich natürlich auf Gespräche ein, Preisverhandlungen und du lässt dich in die Ecke drängen von dem Käufer, weil du merkst, ey, du willst ja verkaufen, deswegen gib nach, was er sagt. Oder geh, lass dich in seine Richtung leiten. Und das ist falsch. Das ist wirklich, und der Interessent, der Käufer merkt das und dann spielt er mit dir. Und dann will er noch mehr verhandeln, noch mehr verhandeln und dann bist du wie ein Flummi für den Interessenten. Und das ist heute nicht mehr so. Es gibt ein sicheres Auftreten, es gibt nur diese eine Richtung von mir vorgegeben und entweder gehst du als Interessent mit oder du steigst aus. Würdest du, könnte man das so ausdrücken, dass du sagst, in der Vergangenheit auch so ein bisschen Bittsteller, den Leuten so hinterher, so ein bisschen Bittsteller-mäßig? Das war tatsächlich so. Dann rufst du wirklich die Leute an, mit denen du gute Gespräche hattest, die vielleicht auch angedeutet haben, wir würden gerne kaufen. Den rennst du, man will es vielleicht nicht zugeben, aber du rennst den schon ein bisschen hinterher. Du rufst an, du rufst ein zweites Mal an, wie schaut es denn aus, waren sie bei der Bank? Aktuell rufe ich keinen an. Die bekommen von mir eine Vorgabe, bis wann die mir eine E-Mail schicken sollen, ein Kaufpreisangebot. Schicken die nicht, rufe ich die auch nicht an. So, und dadurch erzeuge ich einfach den Engpass und zeige den Leuten, hey, es gibt noch genug andere Interessenten. Wenn du nicht kaufst, kauf der andere. Also, wenn du willst, gib Gas, bemühe dich. Genau. Und wie würdest du das denn jetzt, ich meine, du hast ja auch vom Layout her, vom ganzen Auftritt her, deiner Unterlagen und so weiter, was ist denn da der Unterschied? Professioneller alles. Also, der Außenauftritt, ich habe auch von meinem Ladenlokal die ganze Außenbeschriftung, alles neu geklebt, umgeklebt, schöner geklebt, professioneller geklebt. Ich habe LED-Displays, wo jetzt auch die Exposés aushängen. Also, die Leute halten tatsächlich jeden Tag am Schaufenster und gucken und kommen rein und fragen. Das gab es vorher nicht. Haben wir ja auch schicke Vorlagen für, ne? Genau, ganz genau. Die nutze ich auch. Das sieht natürlich sehr smart aus, wenn das alles sehr einheitlich ist und schon gut. Und ja, auch wenn du bei dem Kunden bist, du lässt eine Broschüre von dir da, wo viel über dich geschrieben ist, mit Beispielen. Das ist ein ganz anderes, ganz anderes, ganz anderes Input gibst du den Leuten mit, was du vorher nicht gemacht hast. Und dann fragen die Leute auch, aber ist das normal, dass ein Immobilienmakler Broschüren hat oder so aufgestellt ist? Bei mir ja, bei den anderen weiß ich nicht. Und das gibt den Interessenten oder den Immobilieneigentümern Sicherheit und Vertrauen. Und das ist ja auch das, was wir wollen. Wenn du jetzt mal deine heutige, also dein heutiges Standing, so wie du hier jetzt hier sitzt, welche Sicherheit gibt dir das für die Zukunft? Oder was für eine Sicherheit gibt dir das für die Zukunft und Zuversicht und Motivation? Ganz viel, ganz viel. Also wenn ich jetzt merke, was ich jetzt in der kurzen Zeit verkauft habe, also seitdem ich in dem Coaching bin, das vergleiche mit dem, was früher war. Jetzt auch schon weiß, was ansteht im Januar, wie viele Immobilien. Ich glaube, wir reden jetzt hier über vier Immobilien, zwei Mehrfamilienhäuser, also vier Einfamilienhäuser, ein Zechtenhäuschen kommt noch dazu, Mehrfamilienhäuser. Aber das steht schon auf der Pipeline, das weiß ich. Das gibt dir so viel Sicherheit und so viel, das ist so skalierbar auf einmal, was vorher nicht war. Du wusstest nicht, kommt jetzt eine Immobilie rein, kommt keiner rein? Wann kommt die nächste rein? Wann kannst du deine nächste Provisionsrechnung schreiben? Jetzt bin ich wirklich dabei zu sagen, hey, ich bin noch Einzelkämpfer, jetzt bin ich dabei zu sagen, ich schaffe es alleine gar nicht mehr, das ist too much, ich muss jetzt wachsen einfach. Das kommt aus allen Ecken gerade, oder? Von überall kommst, von überall. Aber ist das nicht geil, wenn du, du veränderst etwas, du veränderst etwas, natürlich erstmal bei dir selber, deine eigene Einstellung und so weiter, aber dann folgst du, also das Ganze folgt dem dann auch in dem Bereich, wie du dich aufstellst. Also ich sage ja immer, es ist nicht entscheidend, was du machst, sondern wie du es machst. Und das Wie ist ja sehr entscheidend. Du hast coole Exposés, coole Vorlagen, die du von uns nutzt, aber du setzt sie halt auch um. Du setzt sie halt an, lässt dich schön ausdrucken und das wirkt natürlich unheimlich raketenmäßig. Das kommt einfach cool bei den Leuten und die feiern das hart, oder? Was kriegst du da so für ein Feedback bei den Besichtigungen? Durchaus positiv. Immer positiv. Egal was, ob das jetzt über die ganzen ersten Touchpoints ist, die jetzt Social Media etc. zu sehen sind, ob das der Flyer in der Beile, als Beilage in der Zeitung ist. Das sehen die Leute alle. Diese Objektunterlagenmappe, die die mitbekommen. Also durchaus positiv. Und ich muss auch sagen, bis Stand heute, egal wie viele neue Einkaufstermine ich hatte, es gab nicht einen Verkäufer, der gesagt hat, ich möchte nicht mit Ihnen arbeiten, der Pfeiffer. Ich möchte nicht, weil teilweise haben die schon mit Maklern gearbeitet und dann mache ich immer diese Gegenüberstellung halt. Wie sieht denn das Exposé von Ihrem Makler aus? Oder wie sieht das und das aus? Und welche Marketinginstrumente nutzt er denn noch, um ihre Immobilie zu verkaufen? Und dann gucken die Leute mich an und du siehst, wie die nur Fragezeichen über dem Kopf haben. Was ist hier los? Was passiert gerade? Und ich zeige denen alles. Und wie gesagt, nicht ein Eigentümer, der gesagt hat, Herr Pfeiffer, wir haben uns für einen anderen entschieden. Ich habe bis jetzt hundertprozentige Abschlussquote. Ja, das ist krass. Super, super cool. Also ich kann es auch nicht in Worte fassen, dieses Gefühl, was sich entwickelt und was vorher war, was jetzt war. Jeder andere wird sagen, der quatscht jetzt da irgendeine Soße wahrscheinlich. Also das ist unbeschreiblich, wirklich unbeschreiblich. Sehr, sehr cool. Und nochmal zurück zu diesem Thema Zuversicht für die Zukunft. Hast du irgendeinen Zweifel daran, dass es bei dir jetzt so richtig knallen wird? Achso, nein. Also es wird definitiv knallen. Ich merke das jetzt schon, wie viel jetzt in kurzer Zeit reingekommen ist, was jetzt schon ansteht. Und Direktmarketing, ich habe noch gar nicht richtig angefangen, Marketing zu betreiben. Das ist jetzt wirklich über Empfehlungen, Einkaufstermine, Ausbesichtigungen heraus. Also wirklich Werbung habe ich noch nicht gemacht, dass ich sagen kann, ich habe jetzt so und so viel Immobilien über Marketing erreicht. Was ich jetzt mache, ist die Weihnachtsaktion mit dem Weihnachtsflyer. Auf 55.000 Zeitungen mache ich das als Tipp-on-Karte, wird also oben drauf gesetzt, der Flyer, für die ganze Region, wo ich ansässig bin. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt kommt ja der eine oder andere und sagt, ja, der Flyer, das ist ja komplett oldschool. Das ist aber unser Millionenflyer, muss man dazu sagen. Also der ist schon sehr, sehr raketenmäßig. Absolut. Also vom Design her, der spricht sofort an. Also wenn man die Vorderseite sieht, es catcht einen sofort. Und ja, klar, Flyer, das liest man immer wieder. Flyer ist oldschool. Aber wir arbeiten ja auch mit Flyern. Also sobald die Immobilie online geht, verteilen wir Flyer in der Region oder ich mache es über die Zeitung. Und wie viele Leute mich über diesen Flyer einfach anrufen, weil die nicht jeden Tag auf ImmoScout oder ImmoWelt unterwegs sind und sagen, Herr Pfeiffer, ich habe Ihren Flyer gesehen. Kenne ich so gar nicht. Nee, ich weiß. Und der Flyer ist ein gutes Tool. Absolut. Also hier muss man ja auch wieder sagen, der Punkt ist halt der, alles, was wir ja auch sagen, das ist ja erprobt. Das ist ja nicht jetzt irgendwie, keine Ahnung, was aus der Theorie entstandener Klamauk, sondern die Dinge, die funktionieren halt. Und was halt der große Unterschied ist, der den Unterschied ausmacht, dass man eben genau weiß, wie man die Dinge tun muss. Genau. Wie man sie tun muss. Übrigens auch das Thema Bewertung. Das ist ja auch so eine Sache, dass, weißt du, wenn du immer nur das machst, was dir irgendwo von irgendeinem vorgegeben wird, du es aber gar nicht selber richtig verstanden hast, sondern eigentlich nur so nach Schablone vorgehst, ohne wirklich gecheckt zu haben, was da eigentlich wirklich, welche Zusammenhänge das hat, dann kannst du die Dinge auch nicht selber wirklich beurteilen. Du kannst ja auch gar keine wirkliche eigene Meinung bilden, geschweige denn mal Dinge in Frage stellen. Und wenn wir uns die heutige Zeit anschauen, gucken wir uns ja alle mal Sachwertfaktoren an. Ja, die kannst du in der Tonne kloppen, was willst du denn mit Sachwertfaktor 1,5, 1,7, was soll der Blödsinn? Das kaufst du doch kein Schwein ab, jetzt gerade aktuell. Also du musst schon jetzt anfangen, in der Marktphase vernünftig Dinge selber einschätzen zu können und kannst dich nicht auf irgendeinen Marktbericht, Gutachterausschuss, geschweige denn von irgendeinem Bewertungstool einfach verlassen. Das geht nicht. Und vor allen Dingen ist ja egal, welche Werte du in welches Tool eingibst, hast du fünf Tools, hast du fünf verschiedene Werte. Das ist ja auch vollkommen Banane. Naja, das heißt also am Ende des Tages muss halt schon einer da sein, der bei klarem Verstand ist, um die Sachen auszurechnen. Okay Patrick, noch eine Sache zum Abschluss. Also du kannst für dich ganz klar sagen, absolute Grundlage ist gelegt. Es geht ab in die Zukunft und auf einem ganz, wie sagt man, auf einem ganz schnellen Weg, wie ich hier gut erkennen kann und wie mit Sicherheit auch unsere Zuschauer heute ja ganz klar erkennen können. Dass die Reise nach vorne geht. Was würdest du denn sagen, aus deiner Sicht jetzt, wenn du da draußen den Leuten einen Rat geben würdest oder vielleicht so drei Tipps geben würdest, was sie tun sollen, wenn sie jetzt als Makler auch so ein bisschen vielleicht nicht so ganz wissen, Mensch, wo hakt es denn jetzt gerade? Aber was würdest du quer einsteigern, Immobilienmaklern für zwei, drei Tipps geben, was sie tun sollen? Grundsätzlich müssen sich die Makler erst mal selber fragen, woran liegt es denn oder warum läuft es nicht? Also dieses Reflektieren, das können ja viele nicht. Ich bin eine Person, ich kann das sehr stark. Da hatten wir eben das Thema, wenn die Leute natürlich denken, wir können schon alles, dann können die machen, was sie wollen, dann verändern sie nichts. Dann bleiben die auf ihrem Level und bleiben erfolglos. Wenn man sich wirklich verändern muss, man muss über den Tellerrand hinausschauen. Man muss wirklich mal, vielleicht auch mal mit euch telefonieren. Denn definitiv müsste man mit euch telefonieren, um was zu verändern. Aber diese Grundeinstellung, die muss. Okay, das können wir jetzt mal als Muss, als Gesetz geben. Also ich würde es immer wieder machen. Ich würde es immer wieder machen. Also wenn ich an diesem Punkt wäre, dass ich nicht weiterkomme, du wärst der erste Kontakt, den ich einfach anrufen würde. Weil du bist jetzt so in der Immobilienbranche, du bist zu meinem Mentor irgendwo geworden. Weil egal, auf was für Fragen ich habe, du kannst auf alles super Raketen schnell antworten. Das ist einfach der Wahnsinn. Aber für die Quereinsteiger, schaut über den Tellerrand, macht euch schlau, geht weiter in die Ausbildung, eröffnet euren oder vergrößert euren Horizont und das muss sein. Nur so könnt ihr euch von den anderen Maklern, von diesen 80% Maklern, die wirklich schlecht arbeiten, und da habe ich jetzt viele kennenlernen dürfen oder müssen, nur dann könnt ihr euch auch von denen abheben. Ja, müssen ist wahrscheinlich da an der Kennenlernen müssen, weil die laufen einem ja immer wieder über den Weg. Muss man einfach mal so sagen. Vielleicht noch ein Tipp von mir, den ich wirklich als sehr wichtig erachte, ist wirklich das Thema zu lernen, echt kompetent zu sein. Weil du bist kompetent in dem, was du jetzt tust, weil du immer wieder jetzt auch das Gleiche mit wachsender Begeisterung tust, auf sehr, sehr hoher Qualität und das ist halt Kompetenz. Weil du bist halt sicher in dem, was du tust, weil du weißt, dass das, was du tust, funktioniert. Korrekt. Für den Verkäufer. Korrekt, genau. Das ist ja der Punkt, dass es wirklich funktioniert. Und das ist am Ende des Tages Kompetenz. Kompetenz ist, dass jemand in einer bestimmten Sache, in einer bestimmten Disziplin sich besonders gut auskennt. Und oder herausragend gut auskennt und zwar besser als jemand, der vielleicht nur Lehrling, Auszubildender oder vielleicht nur Geselle ist. Kompetenz, also Kompetenz ist die Meisterschaft und das ist im Prinzip mein wichtigster Rat, werdet einfach so kompetent, wie ihr kompetenter nicht sein könnt. Korrekt. Ja, weil dann hast du dein Geschäft im Griff. Und das merkt dir gegenseitig. Ja, klar. Also die Eigentümer merken das und auch die Interessenten und auch die Interessenten sind deine potenziellen Kunden. Das darf man nicht, habe ich jetzt gemerkt, darf man nicht unterschätzen. Sehr schön. Lieber Patrick, mir war es eine wahre Freude erstmal in so ein strahlendes Gesicht zu schauen während des gesamten Podcasts. Superschön. Auch ganz toll, dass du das so umsetzt, weil letztendlich ist ja das, was ich tue, ein Teil. Natürlich sehr viel Vorarbeit, sehr viel Detailarbeit und immer wieder Optimierung und Verbesserung. Nur das hilft alles nichts, wenn die Leute nicht umsetzen. Und hier möchte ich nochmal ein Wort an die Supermakler da draußen richten. Und zwar die Supermakler, die sagen, ja, ich bin ja schon auf einem ganz, ganz, ganz anderen Level, weil ich ja nur High-End oder High-Ticket-Immobilien verkaufe. Da möchte ich einfach nochmal sagen, auch das ist schon ein erster Punkt. Ich weiß ja schon alles und ich bin ja jetzt schon wieder ganz besonders. Sag ich, hey, Sportsfreund, komm mal runter. Komm mal wieder auf den Boden der Tatsache runter. Entscheidend ist, verkaufst du oder verkaufst du nicht? Korrekt. Kriegst du mit jedem verkauften Objekt einen neuen Auftrag? Ja oder nein? Funktionieren die? Holst du dir die Aufträge ran, weil du dem Verkäufer nach dem Schnabel reden musst oder nicht? Bewertest du die Immobilien auf High-Level oder nicht? Das hat nichts mit der Kategorie der Immobilien zu tun. Und für mich, und das möchte ich auch nochmal hier ganz klar und deutlich sagen, ich, bei uns werden alle Makler exzellent, professionell und kompetent trainiert und weiterentwickelt. Absolut. Das kannst du bestätigen. Genau. Wir haben nämlich eine Mission. Und unsere Mission ist, wir wollen die Maklerschaft verändern. Wir wollen die Maklerschaft verändern. Wir wollen nicht die, ich sag mal, Leute verändern, die nur schöne Immobilien verkaufen wollen, sondern wir wollen, dass am Ende des Tages, in fünf Jahren oder meinetwegen auch in zehn, ist mir völlig wurscht, aber wir wollen verändern, dass ein Privatverkäufer, wenn er verkaufen will, nur eine Entscheidung treffen kann. Nämlich für den Immobilienmakler. Korrekt. Das ist die Entscheidung. Und dafür treten wir alle an. Und da kämpfen auch alle unsere Leute mit dran, dass wir wirklich die Qualität, die Kompetenz an jedem einzelnen Standort dramatisch verbessern. Und wir kümmern uns nicht um den Lärm, der drumherum ist, der in der Politik gemacht wird, sondern unsere Betriebe sind starke Betriebe, sind Top-Makler, die sind superfähig und die sind in der Lage, in jeder Marktphase Geschäft zu machen, Geld zu verdienen und erfolgreich zu sein. Und es sind auch Makler, die in der Lage sind, auch mal Nein zu sagen, wenn es einfach nicht passt. Korrekt. Oder? Kann man das so sagen? Kann man so sagen. In diesem Sinne, lieber Patrick, schön, dass du da warst. Dir schöne Weihnachten, guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sehen uns natürlich wieder in den Live-Calls und in diesem Sinne. Ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.